Ab dem 16. März 2017 gibt es bei Aldi Süd wieder einen neuen Aldi-PC von Medion. Der kostet 500 Euro und wir verraten euch, was der Multimedia-PC auf dem Kasten hat. Medion selbst bezeichnet den Akoya P2150D als vielseitigen Multimedia-PC. Wie gesagt, der kostet 499 Euro und inklusive ist dabei auch schon eine 3-Jahres-Garantie. Was haben wir auf dem Datenblatt stehen? Wir haben als Prozessor den Intel Core i3-7100. Das ist ein Zwei-Kern-Prozessor aus der aktuellen Intel Caby Lake Generation. Also wir haben hier wirklich aktuelle Technik verbaut. Eben zur Seite stehen 8 GB DDR4-Arbeitsspeicher und wir haben ein 350-Watt-Netzteil. Keine externe, also keine dedizierte Grafikkarte. Wir müssen hier auf die integrierte Grafikeinheit von Intel ausweichen, auf den HD 630. Dann haben wir auch noch eine M.2 SSD und eine 3,5 Zoll Festplatte mit einem Terabyte Kapazität. Zur restlichen Ausstattung zählen natürlich wie immer Gigabit LAN-Anschluss, USB 3.0-Anschlüsse, Displayport, HDMI. Und wir haben auch noch einen Hotswap-Schacht in der Front und auch ein Multispeicherkartenleser und Bluetooth sowie WLAN-AC sind ebenfalls mit an Bord. Mit dabei beim neuen Aldi-PC sind auch diese Maus und diese Tastatur. Und vorinstalliert ist auch Windows 10 Home, damit ihr praktisch gleich loslegen könnt, wenn ihr ihn ausgepackt habt. Beim Prozessor darf man nicht vergessen, die Taktrate beläuft sich auf 3,9 GHz und er beherrscht sogar Hyper-Threading. Das heißt, die zwei Kerne können insgesamt vier Threads parallel abarbeiten. So, das Datenblatt des Akoya P2150D verrät er bereits. Das wird für Gamer kein großer Spaß, denn unter anderem fehlt beispielsweise eine Grafikkarte. Dass der neue Aldi-PC nicht unbedingt viel Leistung bietet, das hat auch der Benchmark gezeigt, den wir auf dem neuen Aldi-PC durchgeführt haben. Und zwar haben wir den Cloud-Gate von 3D-Markt benutzt. Das ist ein Benchmark, der sich eigentlich für Notebooks und Heim-PCs eignet, so wie sich Medium das eben hier vorstellt für den. Und wir sind hier auf eine Punktzahl von 6422 Punkten gekommen. Das ist nach Future Max ermessen sogar noch unter einem aktuellen Notebook, aber immerhin noch über einem Office-PC aus dem Jahre 2013. Dass sich der neue Aldi-PC nicht fürs Gaming eignet, mussten wir unter anderem auch feststellen, als wir eine runde Counter-Strike GO gestartet haben. Dort hatten wir unter sehr niedrigen Einstellungen und in Full HD eine Bildrate zwischen 10 und 18 Bildern pro Sekunden. Also definitiv unspielbar für so ein rasantes Spiel wie Counter-Strike. Aber denkbar wäre es, den Aldi-PC mit einer Mittelklasse-Grafikkarte zu erweitern, denn es steht ein 6-poliger Stromanschluss vom Netzteil immer noch zur Verfügung, um beispielsweise eine Grafikkarte anzustecken, wie zum Beispiel eine 1050 Ti. Wäre da zum Beispiel empfehlenswert. Die Netzteil-Kapazität mit 350 Watt limitiert zwar etwas, also ihr könnt nicht höher gehen, also über eine 1050 Ti zum Beispiel. Und ein Anschluss ist ja auch frei, also ein PC-Express-Anschluss. Apropos Erweiterbarkeit, es steht außerdem noch ein Arbeitsspeicher-Slot zur freien Verfügung. Und ihr könnt natürlich auch noch eine weitere Festplatte oder SSD einbauen, weil da ist auch noch genug Platz dafür. Nun stellt sich natürlich die Frage, ob das sinnvoll ist, den Aldi-PC mit einer Grafikkarte zu erweitern. Das hält sich natürlich etwas im Rahmen, denn es empfiehlt sich eigentlich nur, wenn euer Papa oder eure Mama den PC ohnehin schon gekauft haben oder kaufen wollen, ihn dann von euch selbst aus nochmal zu erweitern. Das macht vielleicht Sinn, aber so an sich ihn zu kaufen und ihn dann nochmal aufzurüsten, nee, es ist nicht so empfiehlt. Aber etwas Positives hat der Aldi-PC vorzuweisen und zwar verbraucht er nur relativ wenig Energie. Und zwar pendelt der Stromverbrauch bei dem Cloud-Gate-Benchmark zwischen 40 und 56 Watt und das ist wirklich sehr, sehr genügsam. Also insgesamt bietet der Aldi-PC genug Leistung für die typischen Office- und Multimedia-Anwendungen wie Dokumentenbearbeitung, Excel-Sheets durcharbeiten oder auch das Surfen und das Streaming aus dem Internet. Aber wie gesagt, für aufwendigere Aufgaben ist er einfach zu schwach. Außerdem müssen wir dem neuen Aldi-PC noch etwas zugutehalten und zwar das Preis-Leistungs-Verhältnis. Wenn man sich den PC mit genau dieser Hardware selbst zusammenbauen würde und natürlich darf man dabei auch nicht vergessen, Tastatur und Maus und die Windows 10 Home-Lizenz, dann kriegt man den PC tatsächlich, auch wenn man ihn sich selbst baut, nicht wirklich viel günstiger. Also viel Leistung hat das Teil leider nicht zu bieten, aber immerhin stimmt der Preis. Gamer müssen natürlich ein bisschen tiefer in die Tasche greifen, das ist völlig klar. Wenn es dann doch ein Komplett-PC für euch sein soll, mit dem ihr auch ein bisschen was zocken wollt, dann könnt ihr euch beispielsweise auch bei uns umsehen, denn wir kooperieren zusammen mit Ultra Force und bieten auch Gaming-PCs an. Los geht es da schon bei 713 Euro. Ihr könnt euch da gerne mal umschauen. Link in der Beschreibung. Jetzt würde mich natürlich brennend interessieren, was haltet ihr vom aktuellen Angebot, das Aldi und Medion für euch zusammengeknüppelt haben? Schreibt es in die Kommentare und ich würde mich freuen, wenn ihr auch bei meinen nächsten Videos reinschaut. Bis dahin, macht's gut.